Ciao meine Damen und Herren, willkommen zum neuesten Video. Heute geht es um das Stream Deck. Ihr habt mich darauf hingewiesen, dass es da ja was Neues gibt, wobei Steam das ja auch selbst ordentlich beworben hat bei sich in der App. Und eure Frage war erstens, ob mir das Ding selbst gefällt, ob ich mir es kaufen wollen würde, was es kann und vor allem, was es im Vergleich zur Switch zum Beispiel so kann. Also, steigen wir ein. Die höchste Spielleistung, die sie je in den Händen gehalten haben. Damit ballert Steam natürlich schon ordentlich rein und schießt ja auch eigentlich gegen die Kontrahenten, gegen die anderen Konsolen und Handhelds, die bereits auf dem Markt sind. Sie präsentieren ihr Steam Deck, ultra clean, es wirkt, sehr schick und vor allem auch eben wie ein Handheld, bei dem alles an der richtigen Stelle sitzt. Das kennt man ja vielleicht noch von alten Geschichten, die dann doch etwas friemeliger waren, wobei man mittlerweile ja auch viel gelernt hat von den anderen. Ab 419 Euro wird das Ding hier angepriesen, ein Stück weiter unten sieht man dann auch schon, wie dieses tragbare Spielerlebnis überall jederzeit aussehen kann. Also hier diese Frau, die Star Wars hier ganz chillig vor sich hin daddelt, mehr Video-Footage sieht man hier aber leider nicht. Ein Stück weiter unten kommt dann ein kurzer Schwenk auf die Hardware für echte Spiele in echten Händen. Leistungsstark, komfortabel und vielseitig, da gehen wir dann gleich noch auf die einzelnen Punkte ein. Dann nochmal, was das Ding überhaupt eigentlich ist und zwar ist es eure Steam-Bibliothek in einem Handheld, also bereits an Deck. Kleiner Wortwitz, Steam Deck und so weiter. Einfach anschalten und anmelden, ihre Spiele und Freunde sind bereits da, so. Hier nochmal das gleiche, halt in bildlicher Form und dann kann man losdaddeln. Hier unten wiederholen sie sich, Steam ohne Kompromisse, also da ist Steam drauf, man kann richtig schon reinballern. Und dann gibt es diese Speicher-Option, die aber nicht nur, also diese einzelnen Varianten, die man dann jetzt auch übrigens vorbestellen kann schon, da ist der Unterschied nicht nur die Speicherplatz-Variante, sondern es gibt noch ein paar fancy Sachen dazu, die aber meines Erachtens nicht wirklich wichtig sind. Also du hast hier bei der günstigsten Version 64 GB internen Speicher und eine Tragetasche mit dabei. Wir alle wissen natürlich, dass 64 GB nicht wirklich viel sind, also wenn man da seine gesamte Steam-Bibliothek drauf hat und dann eben auch ein paar Spiele direkt auf Abruf haben möchte, also installiert haben möchte, dann braucht man da eigentlich ein bisschen mehr. Im nächsten Paket hat man nicht nur mehr internen Speicher, sondern eben auch schnelleren Speicher. Der ist schneller als der hier. Hier ist auch eine Tragetasche dabei und ein exklusives Steam-Community-Profilbündel. Ich würde sagen, das ist wahrscheinlich nichts Wichtiges. Das ist ähnlich wie Skins, da hast du wahrscheinlich für dein Steam-Profil halt irgendwie eine Umrandung für dein Bild und so weiter und so fort. Also ja, nichts Wichtiges. In der dritten Option gibt es auch den schnelleren Speicher und davon auch noch mehr und zwar 512 GB. Das ist dann schon nicht schlecht, wobei sich ja eh die meisten halt nicht alles installieren, aber man will schon so zwei, drei Spiele, die sollten schon da sein. Und wenn es größere AAA-Games sind, die ballern halt ordentlich die Platte voll. Da können wir gerade froh sein, dass das Cod nicht drauf ist, das Modern Warfare. Das wäre dann direkt voll. Hier warten sie ja auch noch mit einem hochwertigen, entspiegelten und geätzten Glas auf, was dann schon natürlich auch nochmal eine nette Sache ist. Die Tragetasche, dieses Bundle und dann nochmal eine virtuelle Tastatur. Das ist auch irgendwie Quatsch. Also die anderen haben auch virtuelle Tastaturen, so wie ich es gesehen habe. Nur gibt es hier halt ein exklusives Design dazu. Also Skins, wow. Soviel zu den Bundle-Optionen, die man dann kaufen kann. Die technische Leistung gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Und es gibt hier regionale Erstverfügbarkeiten. Also in den Vereinigten Staaten, Kanada, Europäische Union und im Vereinigten Königreich. Danach dann 2022 in anderen Regionen. Gehen wir also über zur Hardware. Ja, richtig technisch werden sie hier noch nicht im Sinne von, was ist da drin wirklich verbaut, von der Leistung her. Dazu kommen wir dann gleich noch, wenn wir hier auf die technische Anforderungen gehen. Dennoch fühlen sie sich ja ganz oben an, dass das Steam Deck der leistungsstärkste und umfangreichste Handheld-Gaming-PC der Welt ist. Und da würde ich auch schon sagen, ich würde den Vergleich zur Switch eigentlich gar nicht ziehen, weil die Switch ist kein Gaming-PC. Sie ist halt eine Switch, sie ist eine Spielekonsole. Das Steam Deck will auf jeden Fall was anderes sein. Da würde ich eher Vergleiche zu folgendem ziehen. Und da kann man auch direkt nach den Preisen gucken, weil da sind die Preise nochmal anders. Und zwar einmal zum GPD Win 3 von Windows selbst. Hier für 1200 Euro. Das ist natürlich schon ein ordentlicher Batzen mehr als die beste Bundle-Version von dem Steam Deck. Und auch das OneG X Pro würde ich da mit reinziehen. Und das schlägt auch mit 1200 Dollar schon ordentlich zu Buche. Nichtsdestotrotz habe ich einen kleinen Vergleich für euch rausgesucht. Die gesamten Quellen und Seiten, die ich hier benutze, verlinke ich natürlich wie immer in der Videobeschreibung zum selber nachlesen. Also hier unten beschreiben sie ihre authentische Gamepad-Steuerung. Man hat Komfort, was die Analog-Sticks und sowas angeht. Hier sind die Sticks nochmal direkt beschrieben. Kapazitiven Berührungssensoren bieten höhere Präzision und so weiter und so fort. Die Trigger sind super duper ausgebaut. Man kann da schön unterschiedlich eben Pressure drauf geben und das wirkt sich im Spiel auch so aus. Man kennt das ja von den alten oder schlechten Teilen. Man drückt und dann sind die entweder an oder aus. Und über die normalen Trigger hinaus haben sie noch hinten vier Grifftasten. Also auf jeder Seite zwei, die man sich nochmal separat einstellen kann. Dieser 7 Zoll-Touchscreen erleichtert natürlich das Schreiben und so weiter und so fort. Mit den Trackpads kann man richtig schöne Steuerungsmöglichkeiten erfahren. Und es ist ein Gyroskop mit verbaut. Hier sieht man übrigens gerade Left 4 Dead. Nice, nice, nice. Und zwar kann man, wenn man den Finger dann zum Beispiel hier mit auflegt, mit Umschauen zielen. Das hat sich bei der Switch herausgestellt. Ist gar nicht so nice. Aber für Präzision, bei der man Zeit hat, kann man die Geschichte schon benutzen. Bei der Steuerung ist es natürlich generell so, dass Leute, die ausschließlich mit Tastatur und Maus bis jetzt gespielt haben, da ihre Schwierigkeiten haben, werden sich eben einzugrooven. Leute, die wiederum ständig an Konsolen zocken oder ihr Leben lang schon an der Konsole zocken, haben damit natürlich weniger Einstiegsprobleme, weil man das ja schon kennt. Laufen und Umschauen ist nun mal eine Sache, die auf Maus und Tastatur am Anfang für Leute etwas schwierig ist und auf der Konsole eben genauso. Ein Stück weit da unten folgen dann auch wieder Gameplay-Szenen. Jemand ist am Daddeln. Das sieht richtig schön smooth aus. Wenn es so läuft, dann ist es auf jeden Fall eine nette Sache. Natürlich weiß ich nicht, ob es dann so im Endeffekt wirklich läuft und vor allem, wie es auch in ein paar Jahren die AAA-Titel verträgt. Denn das Teil ist, wie eben andere Konsolen auch, nicht wirklich upgradbar, was jetzt wirklich die internen Dinge angeht, wie Grafikkarte, RAM und so weiter. Ich habe gehört, das schreiben sie hier nicht, aber ich habe gehört und zum Beispiel auch im Vergleich gelesen, dass das Steam Deck ungefähr so stark sein soll, wie die PlayStation 4 und die Xbox One. Das ist für so ein kleines Gerät natürlich ultra krass. Wie das Ganze sich dann aber auch über die Jahre halten wird, wird man dann sehen. Nun folgt nochmal so eine kleine Beschreibung, was das Ding halt alles kann. Schnelle Speicherung, da hatten wir es ja schon davon mit den Speicheroptionen, die dann im zweiten und dritten Bundle sind. Da hat man auf jeden Fall mehr davon. Das Auto wird ja auch nochmal beschrieben, Tonklarheit und so weiter und so fort. Man kann auch Kopfhörer anschließen, was natürlich richtig nice ist. Ich finde, sowas darf auch auf keinen Fall fehlen an einem Handheld, weil wenn du nur den Sound aus dem Ding hast, der zwar ganz nett sein wird, das reicht halt oftmals nicht. Also jeder hat dann doch lieber seine Kopfhörer auf. Beim Akku muss man genau den Text lesen und nicht einfach zum Ende springen und sich sagen sieben bis acht Stunden Juhu, sondern hier steht nämlich, dass dieser 40 Wattstunden Akku mehrere Stunden Spielzeit für die meisten Spiele bietet. Bei weniger anspruchsvollerer Verwendung, wie halt dem Stream von Spielen, kleineren Spielen und so weiter und so fort, da hält der Akku bis circa sieben, acht Stunden. Aber wenn du dann AAA-Spiele rein daddelst, dann wird das Ding wahrscheinlich, das ist jetzt eine Prophezeiung von mir, ein bis drei Stunden halten und dann muss man schon wieder nachladen, also eine Steckdose in der Nähe haben. Was nicht so schlimm ist, wenn man es so im normalen Alltag benutzt, aber wenn du das Ding halt irgendwie im Flugzeug haben möchtest und du fliegst acht Stunden oder so, dann wird es halt schwierig. Da musst du gucken, dass du entweder eine Powerbank dabei hast oder ich weiß gar nicht, ob man Powerbanks, kann man die im Flugzeug mit sich führen, ist das in Ordnung? Naja, ist ja egal. Auf jeden Fall wird es für solche Sachen dann wahrscheinlich schwierig, wenn man dann Doom daddeln will oder so. Hier unten wird nochmal ausgeführt, dass man dieses Steam Deck an alle möglichen Dinge anschließen kann, also an den Fernseher zum Beispiel. Es wird auch eine Dockingstation geben, aber man kann es auch so schon an den Fernseher anschließen und halt dann daran daddeln. Man wird über diese Hub oder über diese Dockingstation kann man dann auch nochmal seine Controller anschließen und mit Controller spielen oder alles Mögliche an das Ding anschließen und es benutzen. Ich würde sagen, das ist jetzt nicht sonderlich neu, aber in dem Umfang schon eine nette Sache, weil man wirklich viel damit machen kann. Die Drahtort-Verbindungen sind irgendwie klar, das hätte man, glaube ich, gar nicht großartig da hinschreiben müssen. Also dieses Ding hat halt WLAN und Bluetooth sowieso gut wie alles andere auch heutzutage. Und man kann, das ist schon eher was Besonderes, weil ich glaube, das geht auch bei den Konsolen, erst bei den ganz neuen, die Spiele einfach pausieren. Also ihr daddelt, drückt auf Sleep, legt die Konsole weg oder dieses Handheld, diesen PC, legt ihr dann weg und wenn ihr dann nach ein paar Stunden wiederkommt und das Ding nicht schon leer ist, dann drückt ihr wieder auf Unsleep, also auf den Powerknopf und dann könnt ihr direkt weitermachen an der Stelle, wo ihr eben pausiert habt. Was natürlich auch nice, aber schon irgendwie notwendig ist, also nichts Besonderes, würde ich jetzt sagen, ist, dass man Micro-SD-Karten-Erweiterungen einstecken kann und alle Spiele, die darauf bereits installiert sind, erscheinen dann auch in der Bibliothek. Also man kann sein Gerät dann mit dickeren SD-Karten halt erweitern beziehungsweise da dann schon Spiele drauf haben. Hier zeigen sie dann auch nochmal, dass dieses Gerät eben ein Gaming-PC zum Mitnehmen ist. Also man kann sein Steam-Deck, übrigens entschuldigt, falls ich oft Stream-Deck sage, das rutscht mir einfach so über die Lippen, ich habe halt, also das ist irgendwie so im Kopf geblieben, Stream-Deck zu sagen, aber es ist ja ein Steam-Deck. Man kann sein Gerät dann einfach an den Bildschirm anschließen, Maus und Tastatur an das Gerät anschließen, also über diese Docking-Station oder über die USB-Hub und dann kann man damit dann überall zocken. Man braucht halt dann nur einen Bildschirm, wenn man einen großen haben möchte. Also es ist schon eine coole Sache. Ja und dann hier unten auch nochmal weitere Einsatzmöglichkeiten, dass man es an den Fernseher anschließen kann, dass man seine ganzen Controller, egal wie fancy sie sind, da auch anschließen kann und dann damit daddeln kann. Also wenn man zum Beispiel ein krasses Kampfspiel hat, kann man dann mit diesen wunderschönen, hier gezeigten Controllern reinspielen. Ja und hier unten dann nochmal kurz die Info, dass es auch eine Docking-Station geben wird. Die kann man dann nachbestellen, extra nachkaufen. Nochmal eine Einsatzmöglichkeit mit Factorio, sehr lecker. Das stelle ich mir natürlich aus solchen Geräten dann sehr cool vor, wenn du halt dann deinen Factorio direkt so dabei hast. Ich habe schon oft nach Sachen auf dem Handy gesucht, aber man findet dann doch immer nur Schotter. Dann kann man halt im Auto sitzen und zocken. Wenn mir dabei nicht schlecht werden würde, würde ich es machen. Alle Hände an Deck. Wieder der Wortwitz, sehr schön. So, hier oben ist nochmal ein Reiter Software. Da habe ich jetzt gar nicht großartig geguckt. Also sie haben halt dieses Steam-OS da drauf. Man kann logischerweise alles machen, was man eben auch am PC machen kann. Das haben sie jetzt ja schon oft genug gesagt. Wo ist es? Steam-OS? Da. Also, ein neues Steam-Betriebssystem. Auf Steam-Deck laufen ihre Spiele auf einem anderen Betriebssystem als auf ihrem Desktop-PC. Es handelt sich hier um eine neue, speziell für das Steam-Deck entwickelte und für ein mobiles, spielergebensoptimierte Version von Steam-OS. Die von Valve entwickelte Kompatibilitätsschicht Proton ermöglicht die Ausführung von Spielen ohne Leistungsverlust. Das ist schon nett. Mit Hilfe von Drittentwicklern wurde auch die Spielkompatibilität und Anti-Cheat-Lösungen von Proton für das Deck deutlich verbessert. Halten Sie sich fest! Es ist ein Linux-System. Gut erkannt. War ja klar. Ja, und dann kommen wir jetzt mal zu den technischen Anforderungen. Also, hier ist das Gerät einfach nochmal so in seiner Gesamtheit abgebildet und gezeigt. Wir haben hier also standardgemäß, wie man das eben so kennt, Steuerkreuz, Analog-Sticks, Bildschirm, die Tasten A, B, X und Y, sowie die Menü- und Ansichtstaste. Darüber hinaus kommt das Teil hier aber auch noch mit zwei Trackpads, die es ja nicht jedes Gerät hat. Auf beiden Seiten sicherlich eine coole Sache. Dann hat man hier einen Knopf, um direkt auf Steam zu kommen. Hier sind die Lautsprecher links und rechts. Ein Schnellzugriffsknopf und Mikrofone hier oben. Das ist natürlich schon nett. Also, man kann dann hier auch einfach reinlabern. Ich stelle mir das Ganze so vor, dass man zum Beispiel Counter-Strike, was ich da nicht drauf spielen würde, daddelt, drückt auf den Voice-Chat-Knopf und spricht dann einfach die Konsole an. I f*** your mom! Was man eben in Counter-Strike so hört. Und dann wird das den anderen Leuten ausgegeben auf ihren Lautsprecher. Hinten dran hat man die üblichen L- und R-Tasten, sowie die Power-Tasten, Status-LED, USB-Port, Typ C, den Ventilator und die Kopfhörerbuchse. Das kennt man, also dieses Layout kennt man eigentlich fast genauso von der Switch. Ich meine, dass da auch der Power-Knopf hier ist. Dann kommt, glaube ich, die Ventilatoren-Lautstärke kommt dann, oder doch, ich glaube, das ist auch oben. Kopfhörerbuchse, da weiß ich nicht genau, wo die ist. Ich glaube, die ist unten. Und dann sieht man eben auch hier noch die Rückseite mit den weiteren R und L-Tasten und diesem Mikro-SD-Karten-Steckplatz. So, und darauf folgt dann die technische Leistung. Ich nehme an, viele von euch haben sich die ganze Geschichte schon angeguckt. Hier wird mit der Rechenleistung begonnen. Der Prozessor, die GPU, RAM und so weiter und so fort. Hier die einzelnen Speichervarianten auch nochmal eben genannt. Und sie schreiben hier auch, dass alle Modelle diesen Hochgeschwindigkeits-Mikro-SD-Karten-Steckplatz besitzen, um eben zu erweitern. Ich habe hier beim RAM einen kleinen Vergleich gezogen zu diesem GPD Win 3 Teil. Die haben zum Beispiel nur LPDDR 4 RAM drin und das ist hier ein 5er RAM. Beide haben zwar 16 GB, aber ja, hier ist halt schon Nummer 5 drin. Also ich nehme an, stärker. Für trotzdem deutlich weniger Geld. Also um nochmal auf diese Vergleiche zurückzukommen. Natürlich ist der Vergleich zur Switch, gerade was den Preis angeht, das, was den meisten Leuten direkt ins Auge fällt. Von wegen, oh, die Switch kostet aber nur 350 Euro oder 300 Euro. Keine Ahnung, was die gerade kostet, so plus minus. Und diese Steam Deck kostet halt, wenn man sich was richtig Dickes holen will, 600 plus. Wow. Aber wenn man sich dann eben die Inhaltsstoffe ansieht und mitbekommt, was das Ding so kann. Also wie gesagt, Stärke wie eine Playstation 4 oder Xbox One. Das ist natürlich deutlich stärker als die Switch. Oder halt eben stärker als die Switch. Die fängt ja schon an bei AAA-Titeln zu struggeln und das Teil hier rodelt die wahrscheinlich easy peasy runter. Zumindest machen es die anderen genannten Konsolen. Und wenn man dann hinzukommen zu dieser ganzen Hardware noch bedenkt, dass man ja unten bei der Software daran gedacht hat oder das ganze Ding so aufgebaut ist, dass die Spiele ohne Leistungsverlust darauf laufen und alles in sich geschlossen und vor allem wie immer optimiert ist, dann mache ich mir da eigentlich keine allzu großen Sorgen, dass zumindest aktuelle Titel deutlich besser auf dem Steam Deck laufen als auf der Switch. Hier unten folgen dann die Steuereingaben. Das kennen wir ja alles. Also interessant ist vielleicht für Kenner das Gyroskop. Aber sonst, ja, ist das... Naja gut, vielleicht noch die Trackpads. Also 2x32,5 mm quadratische Trackpads mit haptischem Feedback. 55% bessere Latenz im Vergleich zum Steam Controller. Druckempfindlichkeit für konfigurierbare Klickstärke. Das ist natürlich... Also das ist schon ein Schneckchen. Der Rest ist jetzt nichts ultra spektakuläres. Also gut, die Analogsticks sind sicherlich coole Geschichten. Aber ja, der Rest ist Standard. Die Auflösung ist 1280x800 Pixel. 16 zu 10 Seiten Verhältnis. Schön. 7 Zoll diagonal wissen wir ja schon. Was ganz nett zu wissen ist, ist die Aktualisierungsrate liegt bei 60 Hertz. Also man kann dann doch angenehm rein daddeln. Und das hat noch einen Umgebungslichtsensor. Hat die Switch und andere Geräte ja auch. Die Verbindung läuft und läuft. Audio, Stromversorgung, Pipapo, Kartoffelwurst. Die externen Anschlüsse sind sicherlich auch noch nice to know. Also USB-C mit Displayport 1.4 mit Unterstützung von Altmodus. Bis zu 8K mit 60 Hertz oder 4K mit 120 Hertz. Ballert! USB 3.2 Gen 2. Ah, das Gewicht ist sicherlich auch nochmal wichtig für den ein oder anderen. 669 Gramm. Die Switch hat ca. die Hälfte, glaube ich. Ich glaube, die hat 390 oder fast 400 mit allem drum und dran. Und ohne halt 300 oder 280 oder so. Also die ist schon deutlich leichter. Das Ding hat natürlich ein gewisses Gewicht. Aber es ist ja auch so vollgepackt mit Technik und mit Leistung. Da muss es natürlich schon auch ein gewisses Gewicht haben. Hier ganz unten folgt dann noch diese Dockingstation. Da hat man dann das USB-C-Kabel zum Stream Deck. Also ich nehme an, das Stream Deck steht dann hier drin. Man macht das dann so rein. Displayport 1.4, HDMI 2.0, Stromzufuhr in Ethernet-Anschluss. Sehr nice. USB 3.1, einen Anschluss und diese zwei USB 2.0-Anschlüsse. Da kann man dann seine Controller oder sonst was anschließen und dann damit reinballern. Also das ganze Ding vielleicht an den Fernseher oder an irgendein Bildschirm anschließen. Sich seine Xbox oder was weiß ich für Controller schnappen und dann damit rein daddeln. Die technischen Daten zur Dockingstation sind jetzt für mich vor allem nicht allzu wichtig. Vielleicht ist es für manche halt wichtig, wie es von der Größe her aussieht bei beidem, weil man sich das Gerät dann möglicherweise irgendwo hinstellen will, passend, schön zur restlichen Umgebung. Aber mir ist sowas immer vollkommen wurscht, wie das Zeug aussieht. Also außer es ist halt wirklich klobrig. Also wenn du so einen 3 Meter Kasten, das ist selbstverständlich, dass das nicht geht. Ja, so viel dazu. Ganz am Ende gibt es nochmal eine kleine Information für Entwickler, dass man sich keine Sorgen machen muss. Denn alle Dinge, die man dann so entwickelt, die laufen auch auf dem Gerät, genauso wie sie sind. Da muss man nicht großartig umporten oder irgendwas. Also überhaupt keine Portierung erforderlich. Jetzt schauen wir uns noch geschwind den Nintendo Switch Vergleich an, weil viele von euch eben genau das sehen wollten. Kurzum, natürlich ist das Steam Deck ein bisschen teurer als die Switch. Aber bei dem Stream Deck, und das sage ich jetzt ja auch nochmal, handelt es sich ja nicht um eine Nintendo-Konsole, sondern eben um einen tragbaren PC. Und alleine das sollte jedem User schon sagen, dass man die Sachen vor allem preislich nicht wirklich vergleichen kann. Direkt im nächsten Teil steht bereits, dass das Steam Deck deutlich stärker ist als die Switch. Hier sind dann nochmal die Inhaltsstoffe von der Switch genannt. Und dann auch nochmal hier der Punkt mit der Playstation 4 und der Xbox One genau, dass das Steam Deck so läuft oder laufen soll, so stark sein soll wie die Playstation 4 und die Xbox One. Und somit eben auch problemlos irgendwelche AAA-Games schön anzeigen kann und spielen lassen kann. Das ist ein Punkt, bei dem ja die Switch, wie man schon mitbekommen hat, dann eher mal in den Struggle kommt. Hier unten steht sogar, dass das Steam Deck Raytracing supporten kann. Das habe ich jetzt auf der offiziellen Seite noch nicht gelesen. Und ich sage hier auch direkt wieder, ich bin nicht der Autor dieser Seite. Ich weiß nicht, wie wahr die ganze Geschichte ist. Einfach mal schön selbst nachlesen, falls da jemand irgendwie zweifelt oder sonstiges. Hier wird dann nochmal der Akku angemerkt. Auf der Switch hält der länger als auf dem Steam Deck. Aber auch da kann man einfach argumentieren, das Steam Deck ist ja auch viel stärker und macht mehr. Deswegen frisst es auch mehr Energie. Und hätte man einen noch dickeren Akku eingebaut, würde es halt noch schwerer werden. Und bei einem Handheld ist es irgendwann Quatsch, wenn es zu schwer ist. Da muss man ja an Komfort und so weiter denken. Das ist für mich theoretisch dann kein Negativpunkt, weil das Ding halt so ballert. Und dann trotzdem nur, was waren es, 660 Gramm wiegt oder 690, also knapp 700. Das ist schon gut. Hier wird kurz über dieses Steam OS geschrieben. Steam Deck ist twice as heavy, das wissen wir jetzt ja auch. Steam Deck offers more storage options, das wissen wir auch. Die Controller kann man nicht abmachen. Ja, das ist denke ich den meisten nicht wichtig, weil man da eh welche anschließen kann. Was nochmal ein Punkt ist, ist, dass man halt das Stream Deck am Output auf 8K, 60 Hertz oder 4K und 120 Hertz ballern kann. Das ist bei der Switch nicht möglich. Die Switch selbst packt, wenn ich mich recht entsinne, Full HD, hier ist es ja schon, 1080p über HDMI am TV oder eben 27p im Handheld-Mode. Hier wird dann nochmal geschrieben, dass natürlich so eine hohe Resolution, also 8K, 60 Hertz, dann doch etwas arg wahnsinnig wirkt für dieses Gerät. Aber es öffnet wohl die Tür für externe GPUs dann an dem Steam Deck. Aber, ach Gott, ich weiß gar nicht, wer sowas vorhat. Also wer von einem Handheld sowas abverlangt, 8K, 60 Hertz, das schafft ja noch nicht mal mein PC. Mein PC schafft ja noch nicht mal 4K. Also, ne, irgendwo, irgendwo ist schon gut. Gut, also wie gesagt, der Vergleich zwischen Steam Deck und Switch ist so ein bisschen wie der Vergleich mit Äpfel und Bier oder halt sonst wie. Es geht gar nicht so richtig. Wobei es die Form natürlich schon eröffnet, diesen Gedanken, weil sie schon recht formgleich sind. So, zu guter Letzt mein Resümee. Was halte ich von dem Gerät und wie finde ich es eben im Vergleich zu den anderen Handheld-Konsolen, die man so kennt? Es ist sicherlich das stärkste Handheld, das es dann bis dato geben wird oder gegeben hat. Und das ist natürlich schon ein fetter Punkt. Aber für mich eröffnet sich halt direkt die Frage, warum will ich das Gerät haben? Also, wenn mich jetzt jemand fragt, soll ich mir das Ding kaufen oder nicht? Soll ich mir lieber die Switch kaufen oder das Teil? Da würde ich direkt sagen, es kommt drauf an, was du möchtest. Wenn du Nintendo-Spiele spielen willst, dann hol dir die Switch. Wenn du deine gesamte Steam-Bibliothek und eine Art eben transportablen PC haben möchtest, dann hol dir das Steam-Deck. Ist ja ganz klar. Also, eigentlich kann man da aufgrund des hinkenden Vergleichs gar nicht so fragen. Eigentlich geht die Frage noch nicht mal richtig. Für mich ist es so, dass ich einmal PC-Spiele habe und ich habe Konsolenspiele. Die Spiele, die ich am PC spielen möchte, da ist für mich dann wichtig, dass das Umfeld eben genau das ist. Also, ich sitze hier vor dem PC auf dem Stuhl mit Maus und Tastatur und daddle das PC-Spiel hier am Bildschirm rein. Wenn ich Konsolenspiele spielen möchte, dann hocke ich im Wohnzimmer und will auf der Couch sitzen. Entfernt vom Fernseher mit dem Controller und da rein daddeln. Ich weiß nicht, ob es für mich persönlich den Moment geben wird, indem ich sage, ich hätte so gerne dieses Zwischending. Ich will PC-Spiele mit der Hand rein daddeln, die ich eigentlich eher am PC spielen würde, aber jetzt kann ich sie mitnehmen. Das ist natürlich nice to have, wenn ich so ein Ding von Steam geschenkt bekommen würde. Klar würde ich das Ding behalten und bespielen und nicht weggeben oder verkaufen oder sowas. Aber ist es ein must have? Sicherlich nicht, weil ich kann, wenn ich eh schon Konsolen habe und einen PC, habe ich ja schon. Also ich habe auch Handhelds und so weiter. Ich habe schon diese Transition von entweder stationär da rocken und daddeln oder halt unterwegs irgendwie rumlaufen. Das ist für mich schon vorhanden. Der Grund, dass ich mir, also ich für mich, mir dieses Teil kaufen würde, ist nicht vorhanden. Zumindest noch nicht. Vielleicht ist er irgendwann mal vorhanden. Aber wenn eine neue Xbox rauskommt, dann ist für mich der Grund der, also der Kaufgrund, weil ich ja die alten alle hatte und jetzt gucken will, was die neue so kann. Und vor allem die neuen Spiele auch weiterhin so spielen können möchte, wie ich die ganze Zeit gemacht habe. Also auf meiner Couch sitzend, Controller in der Hand, schön daddeln, auf dem fetten Fernseher und das ganze Zeug läuft auch weitestgehend gut und kackt nicht ab. Darum kaufe ich mir neue Konsolen. Das Gerät, da fehlt für mich persönlich dieser Kaufpunkt. Wie da die Verkaufszahlen aussehen werden, da bin ich natürlich gespannt. Ich denke bei ganz vielen, gerade wenn man noch keine Konsole hat und vor allem keine Handhelds hat, da ist es dann wiederum was ganz anderes. Also ich denke bei solchen Leuten ist der Kaufgrund dann schon da, weil man dann eben was hat, dass man auch mal schön gemütlich am Fernseher zocken kann. Man kann einfach seine Spiele, ohne großartig jetzt umbauen zu müssen und was weiß ich alles, was man machen kann. Mittlerweile gibt es sicherlich auch noch leichtere Möglichkeiten, seine PC-Spiele am Fernseher zu spielen. Aber ja, wenn dein Fernseher halt einfach mal ein paar Etagen weiter weg ist oder Räume weiter weg ist und du es ganz einfach haben willst, dann nimmst du deine Steam Deck Konsole, deinen PC, trägst ihn rüber, steckst ihn ein und fertig ist. Und dann kannst du daddeln. Bei solchen Leuten ist also ein Kaufgrund auf jeden Fall da und ich denke, natürlich wird das Ding ordentlich verkauft und läuft sicherlich auch gut von den Zahlen her. Aber ich denke, es gibt auch Leute, die da gar nicht so großartig reinkaufen werden. Mich nervt übrigens gerade dieses ekelhafte Wackelbild. Ich gehe mal, kann ich woanders hin bitte? Standbild, angenehm, meine Augen die ganze Zeit. Natürlich folgt am Ende die Frage an euch, wie gefällt euch das Teil? Werdet ihr euch das Ding auf jeden Fall kaufen oder sagt ihr, ich weiß es nicht, weil aus den selben Gründen, die du genannt hast oder aus anderen Gründen, die ihr eben so im Kopf habt. Wie sieht es aus? Und noch eine kleine Extrafrage, wenn euch das Ding jemand einfach schenken würde, würdet ihr es behalten und zocken oder würdet ihr es nach einem Antesten dann irgendwann verkaufen, weil ihr sagt, brauche ich eigentlich nicht. Wir lesen uns in den Kommentaren. Vielen Dank nochmal für die Info zu dem Gerät. Gut, Steam, also auf Steam habe ich es natürlich selbst auch gesehen, weil es einem direkt ins Gesicht geballert wird. Aber dennoch, danke für die Infos von euch. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Livestream. Dienstag 18 Uhr, Donnerstag 18 Uhr, Freitag 22 Uhr. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann geh mit deiner dicken Fettner Mutter auf die Instagram-Messe.